vielleicht soll ich mal zurückschießen nein das ist ja unfair ich schließe zurück das ist so gemein und das machen nur böse menschen da und noch ein jahr und auch kommen ja du bist ja ja ich mache aus dir aus dir mache ich eine pizza du siehst aus wie eine pizza eine blutige pizza mit stahlbein genau wie man sich eine gute pizza vorstellt und gleich mal speichern und jetzt will ich das da haben ich will das haben wie komme ich da hin ich will das haben auf jeden fall ich will es haben so weit kann ich springen schande ich komme mich an dich wie komme ich an dich ich will dich ich will dich ich will dich baby eh nur dich ich komme jetzt so weit scheiße scheiße das heißt also die tue nicht auf als aus mittlerweile ja komm so wie noch nicht genug gequält toller punkt um sich hinzustellen arschloch okay noch mal noch mal und ich habe keine emotionen mehr kein leben mehr und keine rüstung mehr und ich bin glaube ich unverwundbar und eine rüstung 200 und unverwundbar und und was ist da noch position und schnell jetzt bevor man unverwundbar kein aufhört natürlich euch alle ja unverwundbar geht doch weg nein sie hört auf jetzt habe ich ein echtes problem jetzt habe ich ein echtes problem ich habe immer noch so wenig munition bringt mir nix scheiß munition ich brauche irgendwas vernünftiges irgendwas mit dem ich arbeiten kann die ach du scheiße ich will nicht gegen das viele und kämpfen das ist eine große böse monster ja schön dich kennenzulernen oh mein gott die sind so schnell und ich mache es gleich noch mal weil es so lustig war komm und noch mal hopp okay wie mache ich das tot was habe ich noch an ich kann die bfg benutzen nein und wenn ich da rausgebe bin ich direkt bei dem Vieh richtig ja und einmal völlig sinnlos verfeuert ja hallo sie wünschen klasse klasse ok neue taktik kann ich da rausspringen kann ich da rausspringen kann ich da rausspringen nein ich kann da nicht rausspringen und er schießt schon auf mich ist da noch irgendwas helf 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 irgendwo helf nein da komme ich nicht dran lag da noch irgendwas und jetzt weiß ich scheiße ich glaube ich weiß warum da unverwundbarkeit lag aber toll ich kill damit gegen so nützloses monster das mir fast gar nichts macht und ich lauf ich lauf und es blutet nicht einmal ja der zweitstärkste gegner im spiel neben dem endboss dem letzten endboss und neue taktik einfach einfach ja du mich auch du kuh oder was auch immer du bist wo muss ich denn überhaupt hin ist da der ausgang muss ich da raus es ist da Entschuldigung nein du verfickter Stier oder Kuh oder was auch immer du bist er ist weit weg er ist weit weg wow ha 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 ausgetrickst Arschloch Nein, ich werde nicht laden und diesen Gegner töten. Nein. Definitiv nicht. Vergesst es. Oh, habe ich lang gebraucht. Oh, fast eine halbe Stunde für die eine Scheißrunde. Oh, auf Destruction. Oder Zerstörer. Muss ich das jetzt irgendwie verstehen? Ja, gut. Ich habe so viel Helfen so und... Schauen wir mal. Fängt harmlos an. Gefällt mir. Bisschen hell fliegt rum. Naja, ich könnte wegen mehr sein. Oh, Stimpeck. Noch eins. Noch eins. Und dann ist da noch eins. Yeah. Ja, sieht gar nicht mehr so schlimm aus wie eben noch. Und ich werde... Also hier ist der Anfangsraum mit drei Türen. Und ich werde hier dann erstmal Schluss machen, sobald ich weiß, was in der Tür ist. Gegner. Klingt logisch. Klingt nach du. Und ich werde jetzt erstmal hier Schluss machen. Elme. Auch bin ich blöd. Ich habe doch schon 200 und ich nehme die auf. Ja. Ich bin blöd. So blöd. Kann man kaum mit Worte fassen. Und... Schießt halt noch knappe vorbei. Und ich glaube, ich wollte Schluss machen. Ja. Irgendwie schon. Okay. Ich glaube, es hat sich den anderen Gang angeladen. Warum? Erstmal. Nein, die wollen wir nicht wieder mitnehmen. Oder was? Nein. War nichts. Er wird paranoid in diesem Spiel mit der Zeit. Hier das noch so kleine Geräusch macht einen nervös. Okay. Sehen wir herausgefunden haben, dass da nichts groß ist. Ja. Noch ein Armour-Bonus aufgenommen hat. Würde ich sagen, wir machen vor der Tür erstmal Schluss. Yeah. Dann werde ich die Videos hochladen und dann direkt weiter machen. Ja. Genau so mache ich es. Also dann. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.